Was soll ich jetzt sagen? Oh, das ist doch schlimm, weil ich fange einen Satz an und dann rege ich mich auf oder betraue ich oder was weiß ich. Dann weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Fuck, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen wollte. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Was ich davor gesagt habe oder auch nicht, oder? Fuck, ey. Diese Kacke, Mann. Ihr seid sehen, wie ich leide. Also schneide ich das hier nicht raus oder sage, ich mache es auf Screen. Off Screen. So, jetzt habe ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tomb Raider ist schon ein krasses Spiel. Ach ja. Ach ja, ach ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. So, toller Ladebildschirm. Finde ich toll, dass es immer zwei unterschiedliche Ladebildschirme sind, aber naja. Weil diese Farben, diese Kontraste, dieser Helligkeit, was mache ich denn? Geht das? Nein, geht nicht. Mann. Ich drücke Escape und sie will erst mal ein... Ach, Mann. Ne, aber dieses Farben, ich will... Guck, diese Kontraste, diese Schraffon, diese... 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 Diese Animation mit dem Computer und ich kreise gerade mit meiner Hand rum. Oh mein Gott. Ach, naja. Das ist schon Wahnsinn, was so ein Ladebildschirm alles... Alles sagt über das Spiel. Ich sage zum Beispiel... Zieh es! Wieso ziehst du es nicht? Du bist dämlich! Na, Croft, wieso willst du die Kacke nicht ziehen? Ich meine, letztes Mal ging es doch... Oh, du bist... Oh, verdammt, das tut weh. Oh Gott. Wieso zieht sie es nicht? Ja, ich weiß, hinter mir ist so eine Kante. Denkt jetzt nicht, dass ich dämlich bin, dass ich nicht weiß, dass da eine Kante ist, aber trotzdem... Für mich ist es trotzdem unversterblich. Ich meine, sie konnte letztes Mal auf die Kante hochgehen. Das ist kein Fake. Sie konnte es. Nein! Fick dich! Ah! Oh, Entschuldigung, wenn ich gerade so ausraste, aber es ist nun mal so. Ich versuche es noch einmal bei dem Spielstand. Wenn nicht, sage ich, ich mache es offscreen. Also, dann mache ich das nochmal ganz mit dem Hebel und so. Oh Gott, ich hasse Zeitspiele. Ey, wenn... Ihr freut euch bestimmt gerade so... Ja, Zucki! Äh, Zucki und Zeitspiele, genau. Ne, was wollte ich sagen? Zucki und Zeitspiele. Ich meine, Stucki... Stucki, Mann! Oh Mann! Stucki und Zeitspiele. Ja, das ist ein tolles Trio. Ihr seht es ja schon. Ah, wieso? Hm, sie brennt. Schmo in der Hölle, du verdammtes Weib. Oh, Mann. Wisst ihr was? Wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe. Ah, das mache ich nicht jetzt oder heute. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich gleich jetzt F9 drücke und wieder F9... F9 drücke und wieder sage, ja, ich bin zurück und ich habe es geschafft und bla bla bla. Nein, das mache ich morgen, wenn ich Lust, Zeit und Bock dazu habe. Und Lust und Bock ist ja dasselbe. Obwohl das kann man zweideutig sehen. Ach, die Musik ist so toll. Finde ich. Ich habe mir das, glaube ich, noch nie ganz angeguckt, dieser Vorspann. Oh, die Musik ist so schön. Ich finde sie so schön. Ich finde sie einfach nur so schön. Ich finde allgemein auch diese Computeranimationen toll, wie sie das mit dieser Kamerafahrt gemacht haben. Und was kommt jetzt? Wow, Mrs. Croft. Wie sie leibt und lebt. Taste deine Säule ab, die genauso groß ist wie sie. Und da kommt ein Goldschädel. Muhaha. Oh, ja. Himmel ist an. Sabere den Goldschädel an. Und, 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 und. Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Die Kamera fährt in schwarze. Und das sehen sie nach der Werbung. Bis gleich. Okay. Willkommen zurück nach der Werbung. Und, was passiert jetzt? Sie, 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 sie. Oh, das ist meine Lieblingsstelle, der Anfang. Oh, der ist so schön. Oh, schön. Ich glaube, das ist eine Oboe, die spielt. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde allgemein dieser Solo-Part immer schön. Und ein Streichorchester dazu. Ich finde es einfach nur so schön, Leute. Oh Gott, meine Zeit. Ich habe überschritten. Scheiße. Ansonsten muss ich teilen. Und dann habe ich wieder einen, dann habe ich nur einen Minuten Video, wo ich sage, das ist so schön. Das ist so schön. Oh Gott. Okay, ich habe mir das noch nie ganz angeguckt. Wieso eigentlich nicht? Oder? Irgendwas sagt mir das. Okay. Na gut. Ich finde die Musik so schön. Das muss ich nochmal sagen. Na gut. Yay, Leute. Bis denn, sag ich mal. Und ich strecke mich. Und bam. Und doch, warte. An dieser Stelle kann ich mich an. Ich glaube, die Brücke bricht gleich zusammen, oder? Und was passiert? Was passiert? Und? 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 Ja, sag ich ja. Okay, Leute. Ich bin sowas von hyperaktiv. Ähm. Oh mein Gott. Das ist so peinlich. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin nicht verrückt. Bye, bye.